Sondern das ist mein Hintergrundbild auf meinem Laptop. Und wie ihr seht, es sind hier ganz viele verschiedene Bilder. Und vielleicht erkennt jemand, wer diese Person hier in dem Herzen ist. Und zwar ist es Lena. Und das ist das Video an Lena. Und das ist übrigens auch das Thumbnail für dieses Video. Genau. Und damit möchte ich jetzt einfach mal Danke sagen. Danke Lena, dass du in dieser kurzen Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, die beste Freundin meines Lebens geworden bist. Danke, dass du mich bei allen immer unterstützt hast. Und mir geholfen hast. Egal was passiert ist, du warst immer bei mir. Ich weiß nie, wie ich Danke sagen sollte. Ich konnte mit allen Problemen zu dir kommen. Und es hat mich sehr gefreut, da ich noch nie wirklich einen richtigen Freund hatte, der mich nicht belogen hat. Lena, auch wenn du weiter weg wohnst als ich und wir eine sehr geringe Chance haben, uns jemals zu sehen, bin ich so froh, dass wir Freunde sind. Du hast mein Leben wieder mit Glück vollgemacht. Ich bin wieder glücklich, einen richtigen Freund zu haben. In meinem Leben passiert so viel, aber doch so wenig. Irgendwie jemand nur Streit mit ehemaligen Freunden. Doch du hast mir immer den perfekten Rat gegeben. Wenn es dir schlecht ging, war ich für dich da. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, wie das für mich ist, dass du meine Freundin bist. Es ist halt nur, dass ich momentan sehr viel Stress habe und deswegen nicht viel aufnehmen konnte. Es klappt jedoch jetzt wieder und ich freue mich, wieder mit dir Videos aufzunehmen. Das Team wünscht natürlich liebe Grüße an alle da draußen. Doch dieses Video ist natürlich speziell für Lena. Ich will, dass die ganze Welt weiß, wie ich zu ihr stehe. Na gut, vielleicht nicht die ganze. Aber Lena ist die Sonne hinter den Regenwolken. Lena ist der Regenbogen nach dem Regen. Lena ist die Magie in meinem Herzen. Sie ist halt so eine gute Freundin, obwohl es wie eine Fernbeziehung ist. Und jetzt kommen sich auch die Gedanken, dass wir zusammen sind oder so. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, aber du bist wie so eine Schwester für mich, die immer ein offenes Ohr für mich hat. Das macht mich so glücklich, dass ich weiß, dass du für mich da bist. Ich hoffe, dass wir noch viele Jahre miteinander leben. Und dass wir vor allen Dingen viele Jahre noch für unser Team und für die ganze Community da sind. Lena, du bist der Sonnenschein in meinem Leben. Und da ist das Problem, das wir heute haben, Und das ist das Problem, das ist das Problem, wo wir uns dann miteinander Und das ist das Problem, dass wir uns da確認eten, die ganze Zeit haben. Und das ist das Problem,